Am Mittwoch gegen 15.45 Uhr kam es zu einem Unfall zwischen zwei Fahrzeugen auf der L637. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet eine 48-jährige Fahrzeuglenkerin aus Edingen kommend in den Grünstreifen. Beim Versuch, gegenzulenken, kam es zur Kollision mit einem 65-jährigen Mann, der in Richtung Wieblingen unterwegs war. Die 48-jährige Unfallverursacherin wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Ebenso wurde der 65-jährige Unfallgegner durch den Zusammenstoß leicht verletzt und in ein Krankenhaus in der Umgebung eingeliefert. Beide Fahrzeuge wiesen Sachschäden in Höhe von insgesamt etwa 20.000 Euro auf und wurden von einer Fachfirma abgeschleppt. Die genaue Ursache, warum die 48-Jährige von der Fahrbahn abkam, ist bisher unbekannt und wird derzeit vom Verkehrsdienst Heidelberg ermittelt.